Ja, und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal, auch Eglardrum zu einem neuen Part, Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenflurst. Am letzten Punkt sind wir hier in Rhinocity angekommen, Rhinocity scheint hier die Hauptstadt zu sein, zumindest eine sehr große Stadt, jetzt vieles zu entdecken, auf jeden Fall, zum Beispiel hier die Kampfmetro, Entsteigen und Kämpfen, wie heißt Entsteigen und Kämpfen, die Kampfmetro, ja, heute werden wir uns hier ein bisschen umschauen in der Stadt, gucken, was hier so los ist, oh, da sehen wir schon Belle, wollen wir uns mal Belle anschauen, was sie zu sagen hat, ah, Zwerge, die Sache mit dem Musical geht dir nicht mehr aus dem Kopf, was, dann lass uns schnell reinsehen, Musiktheater von Rhinocity und der Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich, wirklich willkommen in eurem Musiktheater. Also, ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus, Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Dekospaß. Probiert doch mal aus, ja, dazu braucht ihr natürlich irgendeine Dekobox, hier, bitteschön. Zwergenfürst erhält Dekobox. Zwerge erhält Dekobox, ja, sagte ich schon, Zwerge verstaut das Item Dekobox in der Basis-Items-Tasche. In der Dekobox findest du Dekoartikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Ich würde also freuen, wenn hier bald ein Musiker mitmacht. Und alle Informationen dazu erhältet, die anderen Rezeptionen. Also, ich sehe das Ergebnis der Arbeit dann auf der Bühne. Ja, ihr seht dann gleich auch mein Ergebnis meiner Arbeit auf der Bühne. Ich wollte mich heute eigentlich ein bisschen umschauen, hier in Rheino City, aber... Ja. Von mir aus mach ich auch ein Musical mit. Das Musical reizt mich sehr, aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich hab mich entschieden. Ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später, Zwergi. So, ich denke, das mache ich auch. Musical können wir noch später machen. Im nächsten Part. Vielleicht. Oha, was geht denn da vor sich? Ist das nicht wer ist Vater? Papa, was machst du denn hier? Na, was wohl? Ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt. Und du bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Zwergi und den Pokémon meiner Reise fortsetzen. Nichts da. Ja, die Reise ist einmal zu Ende. Und daheim ist daheim. Ich bin nicht wie du, Papa. Setze deine Reise nun fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin hier ihr Vater. Was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arena-Leiterin von Rhino City. Und aus dem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden. Und somit oft auch ihre Meinungen. Und manchmal können einem die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es. Und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und das auch gut so ist. Und keine Angst, Belle ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer seine Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich. Doch kommt es hart auf hart. Ist auch auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst. Weil Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen. Und zusammen mit den Pokémon bin ich auch stärker geworden. Hm. Du hast ja recht. Vielleicht, wenn es stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größte Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Belle, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für dich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Zwergi, pass bitte gut auf Bell auf. Papa! Sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und fiel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen, ich wollte doch nur helfen. Also, mein lieber Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderung ihre Reise mit sich bringt. Sie ist ja so cool. Ich werde später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird. Wie auch immer. Zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Zwergi. Und ich mal derweil hier ins lang. Und was finde ich denn da? Das ist doch N. Du suchst Team Plasma. Sie haben sich ins Innere des Vergnügungsparktes geflüchtet. Folge mir. Die muss ja immer noch so schnell sprechen. Ich weiß, ich spreche nicht so schnell, auch wenn ich schnell spreche, aber... Was soll es? Bei Tonbreit ist niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad. Vielleicht sehen wir... Etwas aus dieser Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechanik und Perfektion. Mathematische Präzision. Ich sage dir die Wahrheit. Am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Gietzes hat mich um meine Hilme-Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? N. Alles in Ordnung. Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, fliegt ihr von hier. Also dann, zwei. Taste to meine Vision. Äh, welche Vision? Äh... Äh... Verstehe. Verstehe. Sehr bedauerlich. Äh... Dann für meine Zukunftsversion. Ich kann hier... Und jetzt nicht gegen dich gewinnen. Aber damit Team Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. Kampf gegen... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Team Plasma N. paar zwei und wieder zu uns zu bekommen der nun auf jeden fall sind vor allem genutzt hinzuhaben nicht ist aber team plasma ist klar dass auch ein so ein bisschen ok das ist schon etwas besser die etwas bessere wahl symbol vulva oder wie das ausgesprochen wird Symbolvulara das kann schon bisschen mehr ich brauche nur ein bisschen Psystrahlen kann es auch ist nicht schlecht ja nicht schlecht mein hauptbogamann besiegt yo Lutz kannst du ja nice sag nicht ich schaff diesen Kampf nicht momentin zu schwach ist rankenhieb komm nein das ist luftschnitt ne luftschnitt wegen kann ich auch nicht mehr ähm ja max jetzt liegt es an hier wunderschön dass ich euch trainiert habe ähm setz bis rein Hilfe hab Angst was kann ich einsetzen schande ich hab ja noch beleber dann muss man ein beleber auf ben einsetzen deswegen setzt beleber ein und dann hat es wiederholt gewinnt mit und das war es mit max holla die waldfehl was in meiner pokamann hier schwach hab ich dich denn gar nicht trainiert ich weiß der letzte part ist ne weile her aber was zum hänker entweder bin ich noch wahnsinnig früh also hab ich noch relativ wenige ohren oder ich oder mein team ist einfach mal scheißen untrainiert um sowas zu drücken los nitro landung muss doch machbar sein nein ich glaub's nicht komplett team besiegt ich kann gegen n nicht gewinnen und zähl wird schwarz vor Augen oh Mist kann doch nicht wahr sein ist nicht möglich oder muss das jens jetzt normal machen oder muss ich dich aufhalten so versuch nummer 2 mit n gegen n mit zwangfluss gegen n so rum ja diesmal vielleicht ein bisschen ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen konzentrierter kämpfen intim ist schwach sehr schwach und was soll ich tun diese attacke war sehr effektiv ja nun wir wurden beim ersten schlaf besiegt beim zweiten genau genommen und bei der ersten attacke so vielleicht schafft es auf armstoß hier ich weiß es nicht ich hab noch nicht ausprobiert bitte halt aus zack nein das ist sehr 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 effektiv was soll das was soll das kacke in seinen punkten sieht glücklich aus meins ist gar nicht so glücklich das hat schon verloren und muss jetzt gleich nochmal von johon wie es aussieht ach 91 kp ach so schwach ist das ding erst nicht kacke ich bin auch verwirrt ich bin auch verwirrt wenn man die to-ladung schaffst du das schaffst du das nein schaffst du das nein schaffst du nicht oh schande mich der druckmaschine ist so räudig jetzt schaffe ich es irgendwie zu heilen kann glaube ich nicht wirklich was einsetzen der muss mal als strohpuppe herhalten so beleber auf ben mit zielstrahl ok das war's dachte ich ok kann ich noch hubertrank einsetzen dann ist ben wieder fit und nice so ein angriff mehr zeit ja jetzt kann es max noch mal versuchen wird aber nichts und das war's so einfach ben wieder einsetzen könnte was bringen so ich muss das nitro ladung komm drehst du hin das schaffst du das schaffst du das schaffst du ich musste zweimal einsetzen aber ja sieht nicht so aus als würdest du das hinkriegen das schaffst du wenn man trank wieder einsetzen wenn man mal trank wieder einsetzen los jetzt ist eins was psych strainer steckt ihr denn psych strainer sonst wohin ja es setzte die einen bevor ich einsetzen kann Ach so, ein Mist auch. Oh, ich kann einsetzen. Wieso ein Zufall? So, das Simvulara besiegt. Das wird ein CR-Kampf. Bin sehr anstrengender. Okay, das mal einsetzt. Flampion ein. Okay, einen Wasserbuckmann habe ich nicht parat. Das ist nicht schlecht. Ich kann es aber mal mit Armstoß versuchen. Zack. Zack. Nein. Nicht wirklich. Komm, noch einmal. Jo, besiegt. Hätte auch anders ausgehen können. Zorix. Okay, ist das ein letztes Pokémon? Das aussieht ja. Könnte sein letztes sein. Er faselt etwas. Ja, es ist sein letztes. Los, lass Armstoß gehen. Lingen. Eins, zwei. Jo, sieht gut aus. Nice. Gewonnen. Und ein paar TP-Punkte. Und dann erreicht Level 30. Nice. Siegt den Platz mal hin. Jedes Mal dasselbe. Ja. Ja, allerdings. Du bist wirklich stark. Aber es ist an mir, die Zukunft zu formen. Das ist meine Aufgabe. Und dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein, keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher, in den Pokémon zusammen zu sein? Dann erlange die Orden dieser Region und begib dich zu der Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von ganzem Herzen an dieser Ideale glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Doch, doch, ich werde dich aufhalten können. Doch, das werde ich. Bin ich mir sicher. X-Angriff gefunden. Was soll ich damit? Hab ich noch und keine Edition eingesetzt. So, der Clown, was will der? Dieses Riesenrad dreht sich so froh. Frag mich nicht, wieso. Ja. Und du so? Ja, da man fährt mit Karako. Da springt doch jeder Tacho. So, das ist die Arena. Ja, ja. Auf, hin und her. Pokémon Arena von Raiino City. Älteren Kamenner. Die strahlende Schönheit. So, ich würde sagen, das Musical machen wir nach der Arena. Die wird mich jetzt mal gleich direkt da rein wagen. Ich muss noch schnell mein Pokémon-Team heilen hier. Im Pokémon Center. Jo, und da, Renner. Sieht wie eine Elektro-Arena aus. Ist es auch, wenn ich nicht alles täuscht. Da staunenst du Bauklötze. Was? Wie du sehen kannst, ist diese ganze Arena eine Art Achterbahn. Wie dem auch sei, das hier ist für dich. Zwei gehalt Tafelwasser. Zwei verstopft das alte Tafelwasser in der Medizintasche. Zunächst einmal steigst du in den Wagen ein. Und auf dem Gerüsten stellst du dann die Weichen um. Manchmal steigst du auch in den Wagen eines besiegten Gegners ein. Und fährst weiter. Stück für Stück näherst du dich zu der Arena-Leiterin. Übrigens, Elektro-Pokémon sind anfällig auf Pokémon-Attacken. Auf Boden hat er natürlich. Das müsste Max sein. Ich bin nicht alles täuscht. So, steigen wir mal hier ein. Ich glaube, der ist leer. Es gibt hier wohl auch volle Dinger, wo dann ein Trainer rausgejumpt kommt. Aber hier ist erstmal unser erster. Dort müssen wir die Weichen verstellen auf den Knopf. Erst nach diesem Pokémon-Kampf. So wie du angezogen bist, sieht man dir sofort an, dass du aus der Ventia kommst. Ich weiß nicht, wie man das an den Klamotten erkennen kann, aber an Klamotten die Herkunft so erkennen kann, na gut. Die Russen tragen jetzt was anderes als Franzosen oder Deutsche, aber warum kann jetzt nicht ein... Das verfehle ich mich. Gerade ein Pokémon, das ist doch alles ein Land. Das ist... Ein Kölner hat auch einen Tridoni an den Klamotten als ein Berliner, das ist doch... Vielleicht trägt er andere Sachen, weil er einen anderen Stil hat. Dann kann man auch nicht erkennen, was der für ein Stil hat, aber doch nicht, was der... Woher der kommt. Rassismus. Die Nutzrechte bei 21. Nein, ich möchte weiter kämpfen. Das läuft gerade so gut. Oh, ihr letztes Pokémon. Ich versuch mal abends los. Teste ich mal aus. Nö, das ist hier nicht so gut. Bei dem Krieg von Pokémon soll ich also auch in der Arena lassen. Okay, das weiß ich jetzt, dass ich das... ...ein Töckchen Armstoß nicht einsetze. Body check. Na, wir sehen, wie es damit aussieht. Oh. Ich könnte was nützen. So, erster Trainer besiegt. Erflex, ich dachte eigentlich in Sachen... ...Dinges bin ich gut. Kann ich so schnell nicht lesen. Achterbahnwagen fährt jetzt in eine andere Richtung. Nein, ich hab ihn verpasst. Den Wagen. Komm zurück. Komm zurück. Wer da rein. Dankeschön. So, der nächste Trainer wartet schon auf uns. Dort. Sei mir gerüst, Herausforderer. Meine Eltern sind stinkereich. Ich würde jetzt nur ungern mit dir tauschen. Ich aber, ich würde gerne mit dir tauschen. Naja, nee, auch nicht wirklich. Nicht den ganzen Tag in der Arena rumstehen. Und auf Trainer warten. Mit einem L-Zebra. Die Leute warten, die schon ein paar Ohren haben. Das ist auch okay. Kein gutes... Los. Muss man so sagen. Jetzt bin ich paralysiert. Na, Dankeschön. Volle Verfolgung. So, jetzt vielleicht Nitro-Darunk. Könnt was bringen? Gibt das was bringen? Jo, bringt was. Äh, Zebra wurde besiegt. Trainer wurde besiegt. Stinkereicher Trainer wurde besiegt. Schnösel. Ich wollte dich mit der Geschwindigkeit meiner Kampftechniken überrumpeln. Ja, ist wohl nichts geworden. Ein Satz mit X. Das war wohl nichts. So. Ich brauche mal ein Taxi. Taxi. Einmal Richtung Trainer, bitte. Ach, nö, noch ein Trainer. Kommt da glatt rausgehüpft. Rasant, so ein Achtung, man fahrt. Und genau so rasant geht es jetzt bei unserem Kampf zur Sache. Glaube ich nicht. Zwei Pokémon. So schwer werden sie nicht sein. NLC war. Das hatten wir gerade schon. Da wissen wir ja, was hilft. Nicht diese Attacke. Was, wieso kann der meine Attacke? What the fuck? Ist paralysiert, kann nicht angreifen. Gut, ich müsste mir vielleicht mal Paralysemittel besorgen für den Kampf gegen die Ainderleiterung. Vielleicht hilfreich. Ist paralysiert, kann ich angreifen. Ja, das ist natürlich im Ainderleiterkampf dann mehr als hinderlich, würde ich mal sagen. Also vermuten. Nitro Ladouge. Zack. So, das erste Pokémon haben wir. Und das zweite Volk so gleich. Elcebra, was noch ein Elcebra? Wie doof ist da eigentlich, dass du zwei Elcebra was inziehen hast. Und vom gleichen Level. Ach, was wäre ja noch die Leute, die in der Arena rumstehen. Haben eh keine Hobbys. Was stehen die da? Einfach die ganzen Sachen in der Arena rumstehen. Nichts tun. So. Wenn du keine Hobbys hast, kannst du das doch mal machen. Samenbomben. Klingt interessant. So. Kann ich mal rankenheat vergessen. Eins, zwei und schlub. Lutz hat rankenheat vergessen und Lutz erlernt Samenbomben. Kampf gewonnen. So wie du kämpfst, musst du dich nicht mal vor Kameler verstecken. Ebenso elegant und schön wie sie. Was ich und elegant und schön. Dankeschön. Danke für das Kompliment. Da ist bestimmt auch wieder ein Trainer drin. Wie sicher da ein Trainer drin ist. Ganz sicher wartet da ein Trainer auf uns. Na? Ja. Als hätte ich es gewusst. Bald stehst du hier gegenüber der Arena von Rhinocity. Und zuerst musst du noch an mir vorbei. Gerne doch. Ich wurde von Kamela ausgebildet. Ich werde keine Schande über diese Arena bringen. Doch. Doch, das wirst du. Indem du verlierst. Mit deinem eigenen Pokémon. Indem meiner drei. Und dann Emulga. Das sagt uns. Kamela wird wahrscheinlich. Ganz wahrscheinlich mal. Ein Emulga. Ein Team haben. Kann ich nur vermuten. Ist nur so eine vage Vermutung von mir. Aber. Könnt es sein, oder? Nein. Nicht auf die KP geachtet. Puh. Ganz noch übernimmt. So. Gesterben. Noch nicht. Noch einmal muss ich einsetzen. So. Ich hole mir noch einen Trank kurz mal. Verschleute ich einen Trank für diesen Kampf. So. Wieder aufgefrischt. Zack. Die Werder verfolgt. Von Emulga. Weiblich. So. Einmal Glut. Das dürfte vielleicht auch was bringen. Bei den KP, die sie noch hat. Los. Glut. Was? Glut wurde abgewährt. Gibt's doch ja auch nicht. Ich glaube es nicht. Gut. Ich glaub's nicht. Bin halt nicht. ich bin schon elektrifiziert kannst du mich nicht mehr paralysieren besiegt ein pokémon gegner geschafft war jetzt nicht zu schwierig ja du hast verloren war mir eine ehre gegen einen solch starken trainer wie dich anzutreten weiter geht's nein schon wieder verpasst so ein misst aber auch dann gehe ich noch mal kurz shoppen ich komme dann gleich wieder wenn ein taxi da ist ha 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 schnell rein fast wieder zu spät gekommen wieso looping uns da schon wieder rein leiterin das ging aber schnell ich achte hier mal den knopf damit ich zurück kann da kann ich dann nach dem arena kampf zurück para heiler für den paralysen ist jetzt wieder geheilt da haben wir noch welche von glaube ich und wir sind wieder topfit im nächsten part geht es weiter mit ihr hier und da machen wir einen arena leiter kampf gegen sie so und dann würde ich mal sagen bis dahin eine angenehm fäustliche zeit da mich nach oben soll es euch gefallen haben lasst ein abo oder abonniere seid bis dahin ciao ciao haut bis dahin bis dahin